Hallo und Willkommen zurück zu GITTI Online-Freiheit. Heute mit Domi, wie wir uns heute machen. Der Überfall. Ja! Oh, ich merke, ich brauche zu... Ja! 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 Perfekt! Oh, die Zuschauer wissen gar nicht, warum wir uns so freuen, ey. Willst du das erzählen, oder wollen wir uns denen gar nicht sagen? Ja, wir hatten vorhin eine Aufnahme, und da waren wir fast 10 Minuten am warten, bis wir auf das Spiel kamen. Ja, da hatten wir keinen Bock mehr. Dann haben sie aber nochmal neu gemacht. Okay, wir können hier rein. Da rein! Aua! Aua! Nicht in mich rein! Ah, okay. Aua! Oh, ist das Parken? Okay, geparkt. Ich weiß nicht, wo ich hin muss, aber bitte passen. Ja, mit unserem Sicherheitsfahrzeug. Ah! Wow, ich lauf komplett weit weg. Servus! Okay, kein Scheiss mehr. Ja, okay. Außer es bitte... Ja, ja, die haben wir. Warte, ich muss kurz meine... Ja, siehste... Ich brauche die nicht zeigen, weil ich so cool bin. Alter, geil! Sicherheitskamera! Oh, warte! Dieser Tresor, den wir im Casino ausgeraubt haben! Oh, ja! Oh, geil! Wir sind wieder zu Hause! Ja, das ist genau der Tresor! Okay, cool, dass ich aber den Code weiß. Ja, weisst du warum wir den Code wissen? Weil wir... Wir haben ja den Tresor-Code vom Bankdirektor genommen. Ach stimmt, weil wir den erpresst haben, ne? Ja! Ja! Ah ja! Oh ja, geil! Geil Gold! Okay, ein bisschen kann ich noch mitnehmen. Oh! Wir wurden entdeckt! So, einfach alles mitnehmen, komm mit! Wir klonen das ganze Gold! Ja, scheiss drauf, Alter! Oh, das ist voll! Achtung, die kommt! Okay, hab einen! Oh, ich kann eine Granate rauswerfen! Gut, mach! Oh! Der steht direkt vor uns! Der steht direkt da! Ja, perfekt! Ab zum Aufzug! Damit! Okay! Damit! Hallo! Oh! Oh! Das heisst, äh, bisschen die Verfolgung... Oh nein! Eieieiei! Ach du Scheiße! Wir haben doch nichts gemacht! Wir haben nur ein bisschen Gold geklaut! Ja! Ihr braucht das nicht! Wir brauchen das dringender! Ja! Wir sind arm! Okay, wir müssen da eigentlich hin! Ja, irgendwie entkommen! Wo ist dein Gott? Oh! Unser Wagen? Gute Frage! What? Schon der Sicherheitswagen, ne? Den meinst du? Mit dem sind wir hier hergefahren! Der müsste hier irgendwo sein! Oh Gott! Unser Wagen ist nirgends mehr! Aber es werden... Ja, scheiße! Es werden auf der... Geht nicht! Auf... Wow! Auf der Karte werden Autos markiert! Warte, da ist ein Polizeiwagen! Ja! Komm, das wird schon gehen, oder? Warte, da steht noch einer! Oh, dahinter ist auch noch einer! Aber der verpisst sich grad! Okay! Jetzt hat... Oh Gott! Ich bin fast tot! Den können wir gar nicht nehmen, Mann! Ja, alle... Aua! Wow! Wie ist es da gekommen, der Müll? Oh Gott! Hä? Wie ist es denn auf einmal hinter uns? Wo kommen die denn? Was? Die waren auf einmal hinter uns! Mann, ich war abgesch... Da war auf einmal ein Auto hinter uns! Ich weiß nicht, wo die herkamen! Oh, ich bin tot! Oh Gott! Oh Gott! Ja, ich komme! Ich komme! Oh! Oh! Geil! Mich haben sie auch noch weggeklatscht! Mann! Das ist doch scheiße, ey! Wir sehen uns, Bro! Yo! Einfach weg! Einfach weg! Gott, lass uns jetzt nicht sterben! Bitte! Ah, wir sind eh fast der gleichen Höhe! Ja! Na, ich fahre da unten auf dem Highway! Dann könnte es da irgendwie auch gleich runterkommen! Ja, ich... Ich komme jetzt da noch auf dem Highway! Achtung! Uuu! Uuu! Hab ich ein bisschen gesehen, wo ich nach hinten geschaut habe! Oh, da vorne ist komplette Straßensperre! Zwei fette Panzer! Aber gut! Einfach dran vorbeifahren! Lass mich doch einfach bitte in der Hose! Oh Gott! Alles klar! Ich kann tot sein! Nein, bitte nicht! Gott! Die sind einfach... Ich bin runtergefahren! Von... Von der Straße runter! Und die fahren mir einfach wirklich hinterher! Nein! Das Auto ist kaputt! Uh! Du... Ey! Das kann ich dir nicht beschreiben, was da gerade passiert ist! Ja, stimmt! Ja! 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 Oh ja! Geile! Na! Schau mal wer der ist! Der geile Reitschen! Hä! Willst du dir nicht mal einen Puzzle geben oder so? Oh Junge! Oh, da ist es immer, Alter! Auf der Akku schauen! Du hast 270... Junge! Du bekommst einfach 220.000 mehr als ich! Warum? 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 Weil ich dein Boss bin, Junge! Ja Junge, aber da bekommst du doch nicht 200.000 mehr als ich! Hallo! Na? Ja! Okay, Freunde! Ich würde sagen, das war's von dieser Folge von GTA Online! Ja! Wenn es euch gefallen, lasst gerne ein Like und ein Abo da! Schaut bei Roger vorbei! Schaut bei Tommy vorbei! Schaut bei Tommy vorbei! Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag! Und von mir ein... Adios! Amigos! Ciao! Ich rufe ihn! Ich rufe ihn! Dann sag mal. Puck! Ja!